Wir sind die Familie Filiger vom Buch Ackerhof. Wir sind hier mit Savona. Savona ist eine Tochter vom Stier Igel und ihre Mutter war eine Tochter vom Stier Dynasti. Und dann ist es zurückgegangen auf die Starbuck Santana, die einerseits Mutter vom Stier Sesam war, oder auch die Grossmutter der Eros Sabena, die Europa Champion war. Savona hat in 11 Laktationen 146'000 kg Milch gegeben und das mit über 11 Tonnen Fett und Eiweiss. Sie ist eine sehr willensstarke Kuh und ist auch die Chefin der Herden. Und wir haben riesige Freude, mit Savona zu arbeiten. Sie hat wirklich einen Familienanschluss und alle haben Freude an ihr.